und willkommen zurück zu final fantasy 13 ja wir sind hier immer noch auf dem schiff vom santum damit wir den saas und die vanille befreien und da machen wir jetzt mal weiter mal schauen was da vorne so ist und wo es dahin geht ok und wir gehen da mal hin aber erst mal noch da hinten da ist eine schatzkugel und die anlösen erst mal vor dem schock so nummer eins ist weg und nummer zwei im schock und er ist auch weg so und jetzt gucken wir mal was wir in der schatzkugel finden ein gruppe ist ja traumhaft gut dass man da nicht unterfallen können und da kommt ja so ist so 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 So, dann haben wir mal die Fünfte da kaputt und mal, ja scheiße, ich dachte jemand könnte mal wieder in Odin einsetzen, aber naja, dann kriegen wir viel Punkte dazu, dann vielleicht nur später, mein Gott, jetzt haut es auch von mir, alter, 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 noch mal grüne Front, nur zu sicherheit. Ja, hat, war notwendig. So, jetzt blitzschlocken, jetzt macht es fertig. Und jetzt den noch. Und das war's. So, jetzt haben wir drei Meterpunkte, jetzt könnte man theoretisch rufen. Jetzt brauchen wir aber nicht mehr. Äh. Ja. Ja. Das ist genau jetzt andocken, wenn wir hin müssen. Und zack. Also, ich würde nicht drauf spielen. Na ja. Na komm her. Jetzt komm her. Ha. Den einen macht man fertig. Ja. Und jetzt ist er ja schon. Oh, das war's. Und jetzt war's. Und jetzt war's. Und jetzt haben wir eine Schwarzgüste. Drei Lindenaggregate, ist ja traumhaft. Ah, Sion. So, Nummer 1 ist die Geschichte. Empfangend bräuchte man einen vierten ACB-Abschnitt. Könnte sich jemand angreifen, das wäre mir nicht so schlecht. So, dann euch drei da vorne. Nehmen wir auch noch mit. So, da waren es nur noch zwei. Und jetzt nur noch einer. Und zwar jetzt. Und tschüss. So, dann geht es da drüben weiter. Mit euch rein. Oder vielen. Oh, pardon. Jetzt können wir bespören. So, und jetzt hat es der auf. Yeah. Oh, cool. Den halten sogar. Alter, geht hier ab. Wow. So, Pferdchen. Und jetzt geht's ab hier. Yeah. Hau drauf, Lightning. Und jetzt hat sie zu können. Und jetzt hat sie zu können. Die haben noch tatsächlich nur zwei überlebt. Drei. Die leben nicht mehr lang. So, und jetzt ist der eine noch. So, das war's mit dem Viech. Und jetzt, ich hab's mit dem Viech. Es ist so, dass es mir nicht mehr geplant hat. Ist das schön. Sie hat es zufällig nüftig gelandet. Unglaublich. Was für ein Zufall. Und 4 Froschen Silikonöl So, jetzt zu euch beiden Die nehmen wir natürlich mit Crystal kommt die wir mal gut brauchen Ach, gezahlt wird, Mensch Hast du mir angehalten? So, jetzt den einmach So Machst du drei Punktüle? So, jetzt möchte ich drei davon Oder 4 Oder 5 Verdammt Jetzt komm auf die Tragona Nein, jetzt muss ich mal drauf kommen Verdammt Da ist das Na, ich mach mal drauf Na, ich mach mal drauf Na, ich mach mal drauf Ich mach mal drauf Na, ich mach mal drauf Ich mach mal drauf Das ist ja unglaublich Ich mach mal drauf Ich mach mal drauf Ich mach mal drauf Perfekt Jetzt gehen wir mal drauf Ich mach mal drauf Ich mach mal drauf Ich mach mal drauf Dann ist das Ja, ich mach mal drauf Ich mach mal drauf Zum Glück? Warum kann ich das nicht tun? Ich habe keinen Grund, um zu leben. Ich kann dich töten. Samus. Schrauben Sie ihn! Schrauben Sie ihn! Schrauben Sie ihn! Sie sollten stolz sein. Ihr Kind ist ein Heroin. Der Mann, der schlussiert Kokon. Wir werden ein Memorial in Eden eröffnen, und eröffnen seinen Krystal auf dem Display. Ein Memorial? Er ist ein kleiner Junge! Als der Sonne des Pulseless Sea, er hätte sich in Schmerz und Schmerz. Ist es besser, dass er sich mit Räubern behandelt, als ein Monument, um sichern? Die nächsten Mal, deine Augen öffnen, werden wir die letzte. Ich bin schrecklich. Ich bin schrecklich. Das ist meine Liege. Ich bin derjenige von allen. Ich bin derjenige von allen. Aber... Wenn ich nur die Wahrheit erzähle... Jetzt, jetzt, jetzt. Ich habe mir gedacht, du bist eine Krystal auf einmal. Das bedeutet, Dodge wird auch ein Tag erwarten. Genau? Wie war es? 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 Du warst mit deinem Fokus, oder? Du warst mit deinem Fokus. Du warst mit deinem Fokus. Und wir haben uns mit deinem Fokus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, die zwei noch. Und jetzt den einen noch. So, dann gehen wir mal speichern. Und zack. Ja. Gut, so würde ich mal sagen. Den Weg davon, den kämpfen wir uns in der nächsten Folie frei. Also, ich bedanke mich wieder mal herzlich fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Servus.